Hello again und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und Wahnsinn, wir feiern in diesem Moment Folge 70. Was haben wir nicht gestern erst angefangen mit diesem kleinen Projektchen? Naja, ist wohl etwas ausgeartet. Wir wollen zur Feier dieser schönen Zahl heute über das Ende reden. Das Ende vom Addon Dragonflight und vor allem über all das, was dann bis zu diesem Ende hin passiert ist. Also im Rahmen einer kleinen Zusammenfassung der, meiner Meinung nach, wichtigsten Ereignisse. Ich werde versuchen, und das ist die Ausnahme in diesem Format, mich dabei möglichst kurz zu halten und auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren. Warum? Das Ausführliche haben wir ja schon in der Kampagnen-Playlist auf YouTube, wo ich ja jeden wichtigen Storystrang gemeinsam mit euch im Stream gespielt und dann für YouTube zusammengeschnitten habe, wo wir die Quests vorlesen, die Sequenzen direkt analysieren, Zusammenhänge erklären und, und, und. Darum wollte ich jetzt keine 90-Stunden-Special-Folge machen, wo ich einfach all das nochmal tue, sondern nochmal einen groben Überblick geben, sodass alle, die vielleicht ein bisschen was verpasst haben oder vielleicht auch Jahre später hier reinhören, nochmal wissen, ah ja, das war also dieses Dragonflight. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Überraschenderweise mit den Drachen. Die haben nämlich gespürt, dass die Dracheninseln erwachen und wieder nach ihnen rufen. Die alte, glorreiche Heimat. Gab es eine wunderbare Kurzgeschichte mit Furoreon, der auf einmal Heimweh hatte und das gar nicht zuzuordnen wusste. Und auf einmal bei einer Feier sah, dass Kallegors, der Aspekt der blauen Drachen, so ein seltsames Gesicht zog und sich so ein bisschen an die Brust fasste. Ja, und dann gab es nur zwei Optionen. Entweder der hat einen Herzinfarkt oder der spürt dasselbe wie Furoreon eben. Und dann haben sie darüber gesprochen und fanden es dann ein bisschen seltsam, dass sie beide das Gleiche fühlen, so ein aufgebrochen zum Wörmruh-Tempel, um mit Alex Strasser drüber zu reden. Und in diesem Moment waren sie fast schon die Letzten. Ja, immer mehr Drachen versammelten sich. Die Alten wussten, was das bedeuten könnte. Die Jüngeren haben diese Verbindung trotzdem gespürt, aber kannten das natürlich gar nicht weiter. Und Mutti Alex Strasser hat dann nur gesagt, ja, ihr kommt richtig, meine Lieben, denn die Heimat ruft. Ein epochaler Moment für die Drachenheit, ein spannender Moment, auch für uns, denn die Dracheninseln waren ja schon sehr lange im WoW-Thema. Ja, noch heute kann man alte Konzeptarts finden rund um WoW Classic, wo die Dracheninseln eigentlich auftauchen sollten. Damals noch als abgelegene Inseln, die voll mit Tempelanlagen der alten Götter waren, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Und auch unser Furorion hat Ende BFA damit angefangen, nach diesen Inseln zu suchen. Ja, in BFA hatten wir ja das Feature der Insel-Expedition. Und neben Reittieren und Temor konnten dort verschiedene Quest-Items droppen, die echt eine Menge offenbart haben. Also man hat irgendwie so ein Quest-Item bekommen und musste dann mit den Vrykul reden. Und die haben dann gesagt, ja, das ist irgendwie so ein Ring von Anbetern von Helja. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, aber Helja ist doch tot. Und dann haben die uns ausgelacht und meinten, ja, ja, als ob Helja wirklich sterben kann. Zack, kamen sie mit Shadowlands tatsächlich wieder. Ja, oder wir haben einen von den Agenten Furorions gefunden und wollten eigentlich ihm so ein Item geben. Aber der Agent meinte dann, nee, nee, der ist beschäftigt. Der sucht die Dracheninseln. Ja, ist dann nicht so gut gelaufen. Dann kam die Geschichte mit diesem Gefühl, ja, und zack, waren sie einfach da. Tja, Furorion, hätte er sich also sparen können, die Suche. Und so kommen wir also an. Mit einem schicken Zeppelin landen wir an der erwachten Küste und merken, dass die Insel und ihre Bewohner nicht nur Liebreizendes zu uns bereithalten. Ja, es gibt natürlich auch Drachen, die generell ein bisschen schlecht geschlafen haben. Wir haben gelernt von den Jaradinen, uralten Riesen, die mit den Drachen verfeindet sind. Immer die nächste Herausforderung, den bestmöglichsten Gegner suchen. Ja, ein sehr kriegerisches Volk, die sich auch auf das Töten von Drachen spezialisiert haben. Nicht so gut für uns und die Drachen gelaufen. Und wir lernen natürlich neue Verbündete kennen. Die Zentauren auf den Ebenen von Onara oder auch die Tusker im Azurblauen Gebirge. Und so sammeln wir relativ schnell verschiedene Verbündete, lernen von deren Kultur, helfen denen natürlich gegen die verschiedensten Feinde und lernen vor allem von der Bedrohung durch die Primalisten. Und das haben wir schon im Pre-Event zu Dragonflight gemerkt. Denn ähnlich wie zu Cataclysm, als Todesschwinge ja diesen Cataclysmus brachte, die Erde aufriss, die Elementare schrien, ja, war es auch am Anfang von Dragonflight. Denn wir haben gelernt, dass es diverse Diener gibt, die nicht den Aspekten folgen, sondern den sogenannten Urinkarnationen und lernten von diesem auch uralten Konflikt. Damals, als die Titanen die Aspekte segneten und mit der Macht der Ordnung erfüllten, zu den Drachen, zu den Wesen machten, wie wir die heute auch kennen, ja, Alex Strasser, Nostormu beispielsweise, da gab es eben auch Drachen, die völlig dagegen waren und meinten, ey, da kommen diese Titanen, das waren für die Aliens, ja, die diesen Segen brachten, das war aus deren Sicht Körperhorror, ja, wie sich die Drachen dann veränderten, wie eine Alex Strasser jetzt aussieht, so weit weg von dem, was sie eigentlich waren, nämlich Protodrachen, Kreaturen, die, soweit wir wissen, aus dem Elementaren stammen. Und dieses Erbe, diese Herkunft wurde jetzt von den Titanen einfach mit Ordnung überschrieben und das ging eben so weit, dass da richtig die Fetzen flogen. Es gab dann den Krieg der Schuppengeborenen, wo die Truppen dieser Primalisten, die sich dann entgegengesetzt zur Ordnung eben an ihrem Erbe, am Elementaren ermächtigten, ja, und die clashen dann eben in die von Ordnung ermächtigten Aspekte und ihr Gefolge. Letztendlich konnten die Aspekte siegreich sein, nicht zuletzt, weil ja Neltarion, der dann zu Todesschwinge werden sollte, sich der Leere hingab und somit natürlichen, ordentlichen Schlag austeilen konnte. Aber ja, die Aspekte haben am Ende gewonnen und diese Urinkarnationen eingesperrt. Iridikron, die Urinkarnation der Erde, Rasages, die Inkarnation der Stürme, Viranos, die des Eises und Firak, die des Feuers. Und natürlich kannst du diese Wesenheiten einsperren, aber wie es so ist, den Gedanken zu töten oder wegzusperren, den die geteilt haben. Da wird es schwieriger und schon damals, zur Zeit dieses Krieges, lang ist es her, da haben sie eben bereits diverse Dienerleien und Anhänger um sich gescharrt und die haben quasi nur auf ihren Einsatz gewartet, dieses Wissen, dieses Mindset an die nächsten Generationen weitergegeben. Und so treffen wir beispielsweise direkt im Draktürstaatgebiet, ja, auf Kurok Grimtotem. Die Grimtotem-Tauren sowieso ganz gefährliche Kollegen, ja, haben auch in Donnerfels immer für Stunk gesorgt, um es mal ganz mild auszudrücken. Ja, und der war einer von diesen oberen Primalisten und hat seine Macht gebündelt, um Rasages, die Inkarnation des Sturms, zu befreien. Und die sollte dann auch die anderen freisetzen, ja. Und damit ging eben ein erneutes Aufschreien der Elementare einher. Seltsam bis heute, dass wir von den Elementarfürsten dazu nichts gehört haben. Hätte sich ja Neptulon mal melden können. Wie findet der das? Ist er da voll dabei? Hofft er, dass die gewinnen? Oder hätte er uns mal helfen können? Oder wird er von denen unterdrückt? Wissen wir bis heute nicht genau. Dementsprechend, ja, waren die Inkarnationen dann am Durchdrehen. Die Primalisten haben überall angegriffen, haben auch versucht, mit Furcht zu regieren, ja, eigentlich von uns Verbündete dann gegen uns zu wenden, weil sie ihre Macht demonstrierten, andere Kulturen nicht duldeten. Gerade auf den Ebenen von Onara haben wir ja diese Zentaurenstämme, die eigentlich der Windgöttin Onara verpflichtet sind. Ja, die führte sie damals auf diese Ebenen. Die hat diese Stämme gesegnet und deswegen sind die alle sehr windverbunden. Ja, und hören auf den Wind, der ihnen den Weg weiß und alles sehr schön naturverbunden dargelegt in diesen Quest rein. Ja, und dann gab es eben einen Clan, der strebt vor allem nach Macht. Ja, wer wird also die Clans der Zentauren verraten haben? Die, die den Wind flüstern hören? Die, die gerne jagen auf den weiten Ebenen? Oder die, die nach Macht streben? Hm, schwieriges Ding. Immerhin haben sie denen keine Ringe gegeben, ja. Nur als Beispiel, diese nach Macht strebenden haben dann die Primalisten und deren Segen natürlich mit offenen Armen empfangen. Und dann war es ja auch noch so ein Naturding, ne. Die Zentauren verehren den Wind und die Windmutter und die Primalisten kommen mit dem Sturm und der Urinkarnation der Stürme. Diese Gewitter, Blitzer, also sehr epochales Aufeinandertreffen, könnte man sagen. Und so hatte jede Zone eben ihre Probleme. Ja, wir haben viel über deren Kultur gelernt. Wir haben auch gelernt, dass viele dieser Völker durch alte Bündnisse mit den Drachen noch verbunden sind. Ja, und dass es auf den Dracheninseln um sogenannte Schwursteine gehen soll. Steine, die von uns wieder ermächtigt werden sollen, aufgeladen werden sollen, um dann im Idealfall den Aspekten auch ihre Macht zurückzugeben. Und so sind wir eben von Zone zu Zone gesprungen und haben den verschiedensten Drachenschwärmen, wie aber auch alten Verbündeten geholfen, versucht, die Primalisten und die Gerardinen zurückzuschlagen. Ja, und diese Schwursteine zu aktivieren, damit Alex Strasser ganz am Ende den sogenannten Mutterschwurstein beanspruchen kann. Was dann aber nicht hingehauen hat. Und dann war das nie wieder Thema. Okay. Das ist tatsächlich der letzte Stand der Dinge jetzt zum Ende von Dragonflight. Ja, man dachte, es fehlt vielleicht irgendwas, muss Wächtertür das kanalisieren. Oder müssen wir noch einen neuen Aspekt ernennen. Fehlt irgendwie die Einigkeit, ja, fehlt die Macht der Freundschaft. Oder was genau fehlt, dass dieser Schwurstein auch richtig anspringen kann und alles wieder so hinhaut, wie wir es eigentlich die ganze Zeit über geplant haben. Oder ist es vielleicht irgendwas Gegenteiliges? Sind diese Steine mit ganz anderen Mächten verbunden, ja, diese ominösen, leeren Zitate, fünf Fackeln, unseren Weg zu leuchten. Jetzt hatten wir da fünf in den Himmel schießende Schwursteine auf den Dracheninseln. Ja, wurden wir genatzt und wecken wir gerade einen weiteren alten Gott auf. Aber auch in diesen Richtungen ist einfach nichts passiert. Ja, in dem Moment, wo Alex Strasser diesen Schwurstein beanspruchen wollte, kam Rasa Gess, die Inkarnation des Sturms, und brach dann auf, nachdem sie uns verspottete, zum ersten Raid, wo wir sie, wie gesagt, besiegten und sie die anderen mit ihrem Tod freisetzte. Ja, und dann waren die Schwursteine einfach kein Thema mehr. Cool Story. Ungeeinte Aspekte ist aber tatsächlich das perfekte Stichwort, denn was ist eigentlich mit den Schwarzen Drachen? Die sind ja anführerlos, seit Neltarion der Lehre verfiel, zu Todesschwinge wurde, und wie ihn während Cataclysm eben mit der Drachenseele weggelasert haben, sind die Schwarzen Drachen ohne Aspekt. Und auch bei den Bronzenen stand das Ganze rund um Nostormu ja lange Zeit Kippe und kochte jetzt auch während Dragonflight nochmal hoch, denn der wusste ja, irgendwann wird er zu Murosond, dem ewigen Drachen, der, der die Zeitlinien verändern will. Nostormu will sie bewahren, also sein böses Ich, ja, Nostormu und Murosond, so anagrammmäßig durcheinandergewirbelt die Namen. Und darum wusste man auch nicht genau, naja, werden wir neuen Schwarzen Aspekt bekommen oder verlieren wir noch den Bronzenen? Und gab diverse Andeutungen. Allerdings schienen die Roten Drachen unter Alex Drasar und auch die Blauen unter Kallegos zunächst sicher zu sein, denn auch bei den Grünen gab es ja zunächst herbe Verluste. Isera hat ihr Leben gelassen, damals in Valcharar im Edon Legion. Da ist sie dem Albtraum unter Xavius verfallen und musste dann von uns bezwungen werden, wurde dann von Elun rüber in den Albenwald die Nachlebensdomäne in den Schattenlanden geschickt, in der besonders mächtige naturverbundene Geister wiederhergestellt werden können. Im Edon Shadowlands taten wir genau das, reinigten den Geist von Isera vom Albtraum und ließen sie mit der Essenz der Winterkönigin, der Anführerin dieser Zone, wieder auferstehen. Aber durch diese Essenz war sie eben gebunden an diese Zone, an diese Nachlebensdomäne und konnte nicht einfach wieder mit nach Azeroth reisen. Darum hat ihre Tochter die gute Meritra übernommen und versucht, diese Last so gut es geht zu schultern. Und somit war auch vor Dragonflight schon einiges an Bewegung bei den Aspekten zu verzeichnen. Die Schwarzdrachen, die waren allerdings zuerst im Fokus, denn schon in der ersten Zone der erwachten Küste fanden wir eine alte Festung der Schwarzen Drachen und Furorion versuchte natürlich diese für sich zu beanspruchen. Er, der dachte, seine Bestimmung ist es, der neue Anführer der Schwarzen Drachen zu werden, da hat er aber die Rechnung ohne Sabellian gemacht. Und Sabellian ist tatsächlich ein Drache, der seit langer Zeit bei den Schwarzen Drachen mitspielt, jemand, der vielleicht als Lord Sobelmähne noch den ein oder anderen Nostalgie-Kick bei so manchem alteingesessenen Spieler auslösen kann. Denn damals war Todesschwingel mit seinem Schwarzdrachengefolge auf Drenor unterwegs, kloppte sich mit den Gronn und hinterließ sein Gelege, um das so gesehen zu sichern. Und damit das nicht einfach so rumliegt, mitten in der jetzt Scherbenwelt, ja, da hat er eben so ein paar Drachen zurückgelassen, unter anderem Sabellian, der sich dann in seiner humanoiden Gestalt als Lord Sobelmähne tarnte und uns im Schergrat noch heute Quests geben kann, wenn wir diese Timeline spielen. Und er uns beauftragt, die Gronn dort umzuhauen, weil die eben einige seiner Drachenbrüder auf dem Gewissen haben. Gronn, diese großen, einäugigen Monstrositätenviecher, ja. Und dort kennen wir ihn her, das ist seine Tarnung. Und aus diesen Eiern, die dann natürlich die zerrissene Scherbenwelt nicht so gut überstanden haben, da sind ja als Drenor explodierte und zur Scherbenwelt wurde einige Energien freigesetzt worden, die in diese Eier reingefahren sind. Und so wurde er aus dieser Schwarzdrachenbrut, die eigentlich dort aus Schutzgründen zurückgelassen wurde, das, was wir heute als Neterdrachen kennen. Also riesige Connections, ja, ordentliche Zeitsprünge, die wir da machen bei solchen Geschichten. Aber Ende vom Lied ist, ist alles nicht so gut gelaufen, weder für die Schwarzdrachenbrut noch für Sabellian. Jetzt allerdings ist er mit seinem Drachengefolge zurückgekehrt, hat auch diesen Ruf vernommen, ja, und sieht sich natürlich als rechtmäßiger Erbe. Und so beginnt eine ganz wunderbare Fede, zumindest für uns als Betrachter, denn natürlich rasseln Sabellian und Furorion immer wieder aneinander. Zwei völlig unterschiedliche Typen, zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, egal welches Problem man eben vor ihnen sieht und egal in welcher Notlage sie sich gerade befinden. Und natürlich lernen die sich dann auch so ein bisschen mögen im Laufe der nächsten Patches. Aber tatsächlich sollte alles ganz anders kommen, denn es gibt ja noch einen dritten Schwarzdrachen, der in der jüngsten Vergangenheit so manchen Auftritt genossen hat, nämlich der gute Ebenhorn. Und ihr ahnt es bereits, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Der war immer ein bisschen gemütlicher, ein bisschen besonnener und lebte getarnt als Taurengeistsprecher bei den Hochbergtauren in der Legionzone Hochberg. Und den haben wir dort kennengelernt. Der hat sich uns dann offenbart, ja, das war ein gut gehütetes Geheimnis. Und auch der war dann fortan immer mal wieder zugegen, auch während dem BFA-Eddon, wo es dann um die Verderbnis der alten Götter ging. Und wir unser Herz von Azeroth mit den verschiedensten Mächten unserer Heimatwelt aufgeladen haben, haben wir ja auch Drachen in dieser Herzkammer mit Magni Bronzebart vereint, versucht die zu reparieren, versuchten uns zu ermächtigen. Und dort stand er auch schon mit rum. Also war durchaus präsent, ja, und war dann auch eine willkommene Abwechslung, als es dann mit diesen beiden Streithähnen so richtig zur Sache ging. Denn im ersten Inhaltspatch von Dragonflight ging es ja für uns unter die Erde in die Zaraleck-Höhle, wo wir nicht nur das niedliche, maulwurfsähnliche Volk der Niffen kennenlernten, sondern auch Aberos ein geheimes Labor von Neltarion gefunden haben, in dem noch einige leeren Überreste vor sich hinsickerten. Ja, natürlich wollten Furorian und Sabellian beweisen, dass sie besser sind als ihr Vater, ja, und haben gesagt, Mensch, die Lehre, die kann mir hier eh nichts anhaben. Die ist ja allerdings nicht so gut, auf Emotionen zu sprechen. Ja, zumindest aus unserer Sicht nicht. Und darum hat man schon gemerkt, dass umso nerviger diesem Labor kamen, umso seltsamer haben die beiden sich auch verändert, wollten es aber auch nicht zugeben, wollten keine Schwäche zeigen vor dem anderen. Und so kochte das immer weiter hoch, bis es am Ende dann hieß, naja, eigentlich haben wir da richtig Scheiße gebaut. Das war eines Anführers unwürdig, Ebenhorn, komm, es ist deine Zeit. Und so haben dann die beiden doch ihre Rolle gefunden, nämlich Sabellian als taktischer Offizier unter Ebenhorn und Furorian, als der Spionagemeister und Diplomat. Ja, in den vorherigen Jahren hat er ja auch viele Kontakte knüpfen können. Und somit war das, denke ich, der bestmögliche Ausgang für diese Schwarzdrachengeschichte. Also erstmal Ruhe bei den Drachen in Schwarz. Bei den grünen Drachen ging es dann ein bisschen anders zugange. Wir hatten ja ganz am Anfang verschiedene Kampagnen bei den Tuskar, bei den Zentauren von den Ebenen von Onara. Und leider haben diese Kampagnen nicht besonders viele spielen können, weil, und das haben sie im weiteren Add-on-Verlauf dann besser gemacht, die waren an Ruhm- bzw. Rufstufen gebunden. Fürchterliche Entscheidung in meinen Augen. Und da haben wir in der Regel auch nette kulturelle Erfahrungen sammeln können, ja, die Dracheninseln etwas besser kennengelernt. Oder eben über die Zukunft der grünen Drachen entschieden. Denn wir haben gelernt, dass wir Isera wiederholen können. Und das einzige Problem ist, dass wir so eine Art äquivalenten Tausch benötigen. Das heißt, wenn wir Isera wiederholen, dann müssen wir etwas ähnlich Mächtiges dort lassen. Ja, wir können nicht einfach in das Reich des Todes eingreifen und dort etwas rausholen und sagen, Lull, haut rein. Und wir haben uns entschieden, jemanden dazulassen, der sich mit dem Thema Schlafen auskennt und den man wohl auch problemlos als mächtigen Naturgeist einordnen kann, nämlich den guten Malfurion. Ein herzzerreißender Abschied zwischen Tyrande und Malfurion. Eine Tyrande, die schon so viel Scheiße in den letzten Jahren erleben musste, die jetzt ihren Mann verliert, wenn auch im Idealfall nicht für immer. Aber Malfurion wusste, das ist seine Rolle, die er spielen muss. Und Blizzard wusste, wenn Malfurion nicht das ganze Adon alleine carrieren soll als einer der eigentlich mächtigsten Charaktere, die wir haben, dann müssen sie ihn irgendwie beschäftigt halten oder rausnehmen. Zack, hat gepasst. Und dafür haben wir dann Isera wieder geholt. Im richtigen Moment, denn auch der Hain der grünen Drachen auf den Dracheninseln wurde angegriffen von Primalisten. Aber Mutti Isera machte natürlich kurzen Prozess. Allerdings war auch ihr Auftritt nicht besonders lang. Also es war schön, sie wiederzusehen. Es war toll, dass wir sie in dieser Form wiedergeholt haben. Und Junge waren das emotionale Sequenzen und Gespräche. Aber eigentlich war sie nur wieder da, um ihrer Tochter ganz offiziell und nicht notgedrungenerweise diesen Titel, diesen Mantel des Aspekts zu übergeben, ihr nochmal ein paar Weisheiten mit auf den Weg zu geben. Und dann konnten wir gar nicht so schnell gucken. Zack, war Isera weg und glücklicherweise Malfurion auch am Ende wieder da. Und wir wurden belohnt mit einer endlich wieder glücklichen Tyrande. Und da ist tatsächlich ein weiterer Subplot von Dragonfly direkt in unser Auge geschossen. Denn es geht natürlich nicht nur um Drachen und die Rückkehr zu Azeroth. Ja, so hat es auf der BlizzCon zumindest geklungen, dass sie nach diesem ganzen Shadowlands und Schöpfer-Schöpfer-Geschichten erstmal wieder so ein bisschen, naja, für Erdung sorgen wollten. Ja, sondern wir hatten tatsächlich auch immer ein bisschen Kosmos im Hintergrund. Und wir haben auch diesen Generationswechsel durchaus als Thema immer wieder dabei gehabt. Denn als Malfurion dann wiederkam und seine Tyrande umarmte, brauchten die beiden erstmal Urlaub. Und zwar in der Form, dass sie wirklich von ihren Anführerrollen zurücktreten. Und Chandris, die Ziehtochter von Tyrande, fortan die Nachtelfen anführen soll. Also Malfurion und Tyrande sind nicht weg. Die sind jetzt einfach nur Gärtner. Ja, und dieses Thema zog sich eben so ein bisschen weiter durch. Aber wir sehen, bei den schwarzen Drachen läuft, bei den grünen Drachen läuft, bei den roten, ja, da hat es auch so ein bisschen gekriselt. Denn unsere gute Alex Strasser, die war eigentlich allerbeste Freundin mit Vyranos, der Urinkarnation des Frostes. Und Vyranos war besonders schlecht, auf die Aspekte zu sprechen. Sie ist eine sehr alte Drachendame, eine sehr erfahrene. Und wusste deswegen, dass nichts wichtiger ist, als die nächsten Generationen. Und da sind wir wieder bei den Subplots, ne. Und damals hat Alex Strasser versucht, Vyranos zu überzeugen, doch bei der Ordnung, naja, mitzumachen. Ja, wollte sie gern an ihrer Seite haben. Wenn ihr gerade ingame seid, während ihr das hört, sucht gern mal nach dem Reittier Violetter Proto-Drache. Da seht ihr im Tooltip nämlich ein Zitat von Alex Strasser, wo sie sinngemäß sagt, ich frage mich, wie unsere Welt heute wohl aussehen würde, hätten die Titanen damals nur einen weiteren Drachen ermächtigt, einen weiteren Aspekt ernannt. Und höchstwahrscheinlich meinte sie ihre gute Freundin Vyranos damit. Naja, und Vyranos war gar nicht so abgeneigt. Das Einzige, was sie eben sagte, war, ey, diese Entscheidung sollte frei getroffen werden und bitte ermächtigt nicht einfach unsere Kinder. Ja, bitte pumpt nicht einfach unsere Eier mit dieser Ordnungssotsche voll. Ja, wir ahnen ungefähr, was passiert sein könnte und weswegen die beiden jetzt total zerstritten sind. Denn da sind wir beim Thema der Hallen der Infusion. Unsere titanischen Wächter haben es nämlich für eine richtig geile Idee gehalten. Grüße an Odin und Tyr gehen raus an dieser Stelle. Einfach das Wasser zu nehmen, welches die Brutplätze der Drachen umspülte und das mit Ordnungsmagie zu ermächtigen. Ja, die ganze Geschichte wurde dann so dargelegt, dass dieses Wasser wohl von der Leere verdorben wurde und das konnten sie dann nur so läutern, dass sie es natürlich mit Ordnung überschreiben. Ja, und dann ist das leider in Richtung dieses Rubin-Lebensbeckens geflossen, so nennt sich dieser Ort, wo eben alle Drachenschwärme all ihre Eier aufbewahren und da werden die dann behütet und die Welpen gefördert, wie so ein Kindergarten auch. Ja, und dieses Wasser wurde eben von Ordnungsmagie durchzogen und somit ist natürlich genau das passiert, was Vyranos nicht wollte und deswegen wurde aus besten Freundinnen dann zack zerrab der Erzfeindbund schlechthin. Ja, ganz am Ende sollte das aber tatsächlich ein bisschen gedreht werden, denn Vyranos sah ein, dass auch dieser sehr extreme Weg der Primalisten jetzt nicht die Antwort sein kann, denn die Urinkarnation des Seuers, Fyrac, war nicht gerade für ihre Ruhe bekannt, sondern eher für brennendes Temperament und er wollte einfach alles verbrennen. Unschuldige, Schuldige, Frauen, Kinder, Pflanzen, Eis, egal, alles muss brennen und da hat Vyranos gemerkt, irgendwie doch nicht der Weg und nachdem sie während des Add-ons immer mal wieder mit Alex Strasser ins Gespräch kam und gemerkt hat, dass Alex auch vieles leid tut, ja, was passiert ist und wie es passiert ist, hatten wir auf einmal Vyranos in unserer Hauptstadt Waldracken stehen, wie sie meinte, hey, wir müssen nochmal reden und dann hat sie tatsächlich die Seiten gewechselt. Also von, hey, wie sieht's eigentlich aus bei den Aspekten, nicht ganz so gut hin zu, wir haben jetzt nicht nur alle wiederhergestellt, sondern auch ein mehr, boah, das ist an der Stelle schon mal ganz gut gelaufen. Dann fehlt ja eigentlich nur noch ein besonders wackeliger Kandidat, nämlich unser guter Nostormu, der hatte mit seinem nahenden Murosondverfall, diversen Zeitrissproblemen und den Primalisten im Nacken definitiv auch genügend Sorgen. Glücklicherweise stand Chromie ihm immer zur Seite, unsere kleine, quirlige Gnomendrachenfreundin, wenn man so will. Ja, und die Bronzenen hatten vor allem ein Problem, sie folgten dem einen Pfad, der einen wahren Zeitlinie und selbst wenn sie gesagt hätten, hey, wir greifen jetzt ein und ändern die Zeit so, dass du doch nicht Murosond wirst, ja, dann hätte der Chef Nostormu gesagt, ey, dürfen wir nicht, weil das ist, was die Ewigen tun, wir sind die Bronzenen, wir bewahren. Ja, und wenn die Zeitlinie zeigt, dass ich in eine Kreiswege rennen soll, dann ist das so. Für die Titanen, also da ging es natürlich auch so ein bisschen, man merkt es hoffentlich, um das Aufbrechen dieser festen Wege. Ja, ein weiterer Subplot in diesem Addon, die Lügen der Titanen. Wir haben in Uldaman einen neuen Dungeon-Teil freigelegt, der uns in die Geheimnisse von Wächtertür einweihen sollte und fanden viele Tagebücher, viele Aufzeichnungen, die uns vieles von dem, was wir zuvor glaubten, hinterfragen ließen. Haben wir eine ganz große Extra-Folge zu, verlinke ich euch natürlich unten mit der Kampagnen-Playlist in der Videobeschreibung. In den Shownotes kurzform ist aber, selbst die Chroniken, die großen Bücher, die WoW-Enzyklopädien, die wir lange Zeit für das Fundament des Universums gehalten haben, die zweifeln wir von Tag zu Tag mehr an. Die Lügen der Titanen, große Fragezeichen bei vielen Story-Elementen, die zuvor als sicher galten. Und all das spiegelte sich auch so ein bisschen in dieser Nostormu-Geschichte wieder. Ist es so? Muss Muroson passieren? Oder können wir einfach davon abweichen? Können wir irgendwas tun? Dürfen wir das? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Und mit all diesen Fragen haben wir uns beschäftigt und plötzlich war es eine Option, den ewigen Drachen, den Gegenspielern schlechthin, einfach mal zuzuhören. Das war nicht immer ganz einfach, weil je nachdem, welchen ewigen Drachen du getroffen hast, war das einfach nur ein perverses Abbild von den Bronze-Drachen, die wir kannten. So hatten wir unsere quirlige, freundliche Crow-Me und dann eben Molchi, ihr böses Abbild, das uns einfach töten und Zeitlinien-Chaos erzeugen wollte. Ja, und dann waren auf einmal ganz viele Crow-Me's da, zum Beispiel eine Krähe, Crow-Me oder eine Biene aus einer Bienen-Zeitlinie, Crow-Bee, ja, Lachkick des Todes. Und da mussten wir natürlich Ordnung reinbringen, weil immer mehr eskalierte, Nostormo immer unsicherer wurde und, naja, selbst als wir versucht haben, auf die Ewigen zuzugehen, Boom, entstand Murosond am Ende. Und für genau diesen Fall bekamen wir dann einen eigenen Mega-Dungeon vorgesetzt, sowas wie die Rückkehr nach Karasan oder auch Mechagon, also ein großer Dungeon, der länger dauert und auch wildere Mechaniken hat. Und dort wollten wir den Aufstieg verhindern, aber natürlich hingen auch da wieder die Urinkarnationen mit drin. Ja, Iredikron, der Vorsitzende, wenn man so will, der hatte vor langer Zeit einen Deal mit der Lehre geschlossen und arbeitete jetzt unter Xalatas, der Vorbotin, die auch in den kommenden Add-ons ab TWW interessant werden sollte. Und der versuchte tatsächlich, die Zeit zu erreichen, wo die Aspekte gerade die Aspekte werden sollten, als sie also an der Seite von Wächtertür den großen, verdorbenen Urdrachenvater Galakrond bezwungen haben. Dessen Skelett liegt noch heute in der Drachenöde, kann man vom Wörmruhtempel wunderbar sehen. Ja, und genau zu diesem Moment des Sieges reiste Iredikron und versuchte mit einem Relikt der Lehre, dem sogenannten dunklen Herz, die verdorbenen Essenzen aus diesem Galakrond-Leichnam rauszuziehen. Ja, und den wollten wir natürlich aufhalten. Eigentlich waren wir hier, um Murosond zu verhindern, aber den können wir da nicht einfach machen lassen. Ey, das ist ja unser Erzfeind. Den haben wir also angegriffen, und weil wir mit Iredikron zu tun hatten und uns nicht um die Lachen kümmerten, hoppala, da haben wir genau damit Murosond entfesselt. Ja, und dann hatte Chromie nur noch eine Möglichkeit und hat tatsächlich die Zeit manipuliert, beeinflusst, zurückgedreht und uns einen weiteren Versuch beschert. Also eigentlich haben wir reingeschissen, aber naja, dann haben wir kurz die Regeln doch außer Kraft gesetzt, ja, und ein bisschen von dem gezerrt, was wir von den Ewigen gelernt haben und kämpfen uns dann wieder zu diesem Punkt, lassen Iredikron also verschwinden durch einen leeren Portal und kümmern uns dann um die ewigen Drachen, die dazu beitragen wollten, Murosond zu erzeugen. Ja, die hauen wir einfach um, bevor sie das tun können, und hurra, der Tag wurde gerettet. Nostormu hat seine Kräfte wieder, ohne der Verderbnis zu verfallen. Wir haben Bronzene und Ewige so ein bisschen zusammengeführt. Iredikron ist mit der verdorbenen Essenz von Galakron durch einen leeren Portal verschwunden und Nostormu versucht ihn aufzuspüren und sagt, kann er nicht. Toll. Aber hey, Völkerverständigung, Ewige und Bronzene, Nostormu immer noch da, mega gut. Vor alledem hatte auch der blaue Aspekt Kallegos gut zu tun, denn die blauen Drachen, die waren ja als Schwarm eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Die hatten sich damals, man könnte sagen, regelrecht aufgelöst, ja. Der eine wollte Schriftsteller werden, ist abgehauen, der nächste fand's im Nexus so schön, in Nordend, der ist da geblieben und der Wiedernäste, der wollte einfach die Welt sehen, hat sich ein Häuschen in Pandaria gekauft und kocht er jetzt jeden Tag leckere Sachen für seine Panda-Freunde. Und Kallegos ist dann aufgefallen, hm, jetzt so als blauer Aspekt, ohne Schwarm, ist ein bisschen doof und hat versucht, alle Drachen zurückzurufen und zu sagen, hey, Leute, das mit dem Auflösen war ein cooles Experiment, aber ich bin ja jetzt nicht Jenke-Goss und deswegen müssen wir das Experiment an der Stelle abbrechen und ich hätte gern wieder uns alle hier als geeinten Schwarm. Und es ist eine unglaublich lange Questreihe gewesen, bei der wir wirklich durch die Welt reisen, also vom Schlingendorntal nach Pandaria und wieder zurück und, 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 um diese Drachen erstmal aufzuspüren und dann auch unter diesem gemeinsamen, gedanklichen Banner wieder zu vereinen. Und das hat tatsächlich hingehauen. Am Ende dieser Questreihe hatten wir bittersüße Wiedersehen und große Opfer, aber vor allem auch einen geeinten blauen Schwarm. Also Kallegos hat es da schwer gehabt, aber glücklicherweise nicht so schwer wie ein Nostormu und auch die blauen Drachen waren also wieder da, geeint unter Kallegos mit dem Segen von Sindragosa und Malygos, denen, die zuvor diese Rolle übernommen haben, Malygos als Aspekt und Sindragosa natürlich als seine Frau. Da haben wir dann erfahren, dass die beiden wirklich ein Leitbild der Führungskräfte, ein Leitbild der Liebe waren und hatten dann sogar eine kleine Sequenz, wo sich die beiden nochmal manifestierten und unsere Bemühungen, den Schwarm zu einen quasi abnickten. Also wirklich eine der schönsten Questreihen im gesamten Spiel gewesen und Kallegos am Ende natürlich genauso glücklich wie die anderen blauen Drachen. Läuft bei unseren Aspekten, wenn da nicht die ganze Zeit die Gegenspieler wären, denn nachdem Rasa Gesson uns getötet wurde und die drei anderen freigesetzt wurden, blieben die natürlich nicht untätig. Dieses geheime Untergrundlabor Aberus beispielsweise haben wir nur gefunden, weil Fürac diesen Weg unter die Erde freigebrannt hat und da lernten wir dann von der sogenannten Schattenflamme, ein unheiliges Gemisch aus Feuer und Leere und während wir uns davon fernhielten und versuchten, das zu untersuchen und diverse ermächtigte Wesenheiten zu töten, hat sich Fürac da einfach volles Produkt reingehauen, wurde noch mächtiger, wurde noch wahnsinniger, noch unberechenbarer, nicht zuletzt deswegen ist Füranos dann auch weiter von ihm weggetrieben worden. Und natürlich war dann klar, gut, Fürac ist ein noch größeres Problem. Das erste, was er gemacht hat, als wir ihn aufweckten, war das Dorf von unseren Maulwurfverbündeten, von den Niffen einfach niederzubrennen und danach wegzufliegen, richtiges Dreck saubernehmen und dementsprechend wussten wir, um Fürac werden wir uns kümmern müssen, aber erstmal ging es dann rein in dieses Geheimlabor. Und das wiederum hängt zusammen mit dem neuen Volk, das wir in Dragonflight kennengelernt haben, nämlich den sogenannten Traktür. Die Existenz dieser drachenartigen Wesen geht auf Experimente von Neltarion zurück und die sollten eigentlich seine ultimativen Soldaten zum Schutz von Azeroth sein. Und leider kam die nie so richtig zum Einsatz, denn bevor es für die ernst werden konnte, ließ Neltarion seinen guten Freund Malygos, den ehemaligen Aspekt der Blauen Drachen, einen Stasiszauber über sie legen und die Traktür schlummerten also viele Jahre vor sich hin, bis sie jetzt aufwachten in einer völlig anderen Welt, ohne ihren Herren, mit einer direkten Identitätskrise, weil was machen wir jetzt hier, wo sollen wir hin? Und genau da starten wir auch, wenn wir einen erstellen und spielen, lernen die aber natürlich auch so kennen, denn logischerweise haben wir direkt Interesse, die für die Horde oder die Allianz zu rekrutieren. Läuft so ähnlich ab wie damals mit den Pandaren und wieder andere haben da aber gar keinen Bock drauf. Der gute Sarkares beispielsweise war einer dieser Kommandanten der Traktür. Die waren eingeteilt in so kleinere Grüppchen, auch sehr militärisch geprägt oder eben die, die dann die Sanitäter sind, die sogenannten Haie schwingen. Ja, und dieser Sarkares, der hat das gar nicht eingesehen. Der wollte sein eigenes Schicksal finden, glaubte daran, dass irgendwo seine Bestimmung auf ihn wartet und scharrte eben Gleichgesinnte um sich und wenn wir dann als Spieler mit Horde und Allianz loszogen, naja, machte der sich auf den Weg, sein wahres Schicksal zu offenbaren. So ein bisschen wie Mewtwo, als er ausgebrochen ist. Und dieser Sarkares begegnete uns mit seinem Gefolge immer mal wieder. Ja, in dieses Startgebiet der Traktür konnten wir lange Zeit gar nicht zurück, die sogenannte Verbotene Insel, weil dort wurde ganz am Anfang ja Rasages, die Urinkarnation der Stürme, befreit und so lange wie die lebte, tobten dort so heftige Gewitter, dass du diese Insel nicht betreten konntest. Dann haben wir sie aber umgehauen und mit ihrem Tod erstarb auch dieser Sturm und dann konnten wir dort wieder hin, alte Geheimnisse aufdecken und ja, uns da ordentlich austoben. War so eine schöne Zwischenpatch-Insel Rares und Weltquests und Schätze und Abfahrt. Und so haben wir immer mehr auch über die Historie der Traktür erfahren, über deren Einteilungen und was sie nicht alles Schönes können. Ja, im Rahmen dieser Entdeckungen haben die Traktür dann auch gameplayweise einen neuen Speck bekommen, ja, stellten die Essenz der Schwarzdrachen in sich wieder her und lernten dann mit diesen Verstärkungen so umzugehen, dass sie ihre Verbündeten ermächtigen können und schon hatten wir die erste richtige Support-Fantasie in WoW. Also hatten sie dann schön vermischt, ja, diese Geschichte mit Gameplay und Lore und all das spielte sich eben in diesem Gebiet letztendlich ab. Wir lernten natürlich auch viel über die unorthodoxen Experimentiermethoden von Neltarion, a.k.a. Todesschwinge und überraschenderweise waren Sabellian und Furorion nicht die einzigen, die ein bisschen Kopfschmerzen in der Nähe dieses leeren, verseuchten Labors hatten, denn unser guter Sarkares hielt dies für seine Bestimmung, drang immer tiefer vor, in dieses Labor wollte der Nächste, der Bessere, der Schönste Anführer, der Bessere Todesschwinge werden, ja, wie auch immer, in seinem Wahn und ermächtigte sich an den Überresten der Lehre, die dort noch in diesem Labor vorherrschten und wurde somit unser Endboss im Raid Aberos, in dieser Laboreinrichtung und mutierte am Ende auch, ja, so ein bisschen wie wir das von Garrosh oder Schogalken atmete, der so viel Lehre ein, dass er auf einmal ein bisschen anders aussah und wir schicke, lilane, visuelle Effekte hatten, die uns um die Ohren flogen. Ja, so wurde Sarkares besiegt, Sabellian und Furorion haben eingesehen, dass dieses blinde Nacheifern und das nahezu zwanghafte Suche nach einer Bestimmung nicht immer gesund enden muss und machten dann mehr Schritte aufeinander zu und auch die Direkteur und der Sarkares haben dann gesehen, ja, warte mal, irgendwie haben wir doch nicht mehr so viel Bock, diesen Weg zu gehen und glücklicherweise gab es auch da eine Art, man könnte sagen, Gegenbewegung unter Kommandantin Gluttal, eine sehr nette, eine sehr weitsichtige Draktördame, die vorher schon für all das stand, was Sarkares eben nicht wollte. Die nahm die dann unter ihre Fittiche und versuchte für die Draktör eben einen Platz zu finden, mitzukämpfen, sich zu etablieren und eben ihren Beitrag zu leisten. Ja, das war ihre Form von neue Bestimmung finden und somit hat sie das Scepter immer noch in der Hand. Es gab durchaus verschiedenste Schwingungen und Probleme auch in diesen Richtungen, aber letztendlich konnten wir das doch so drehen, dass unter Gluttal jetzt alle erstmal glücklich zu sein scheinen und sicherlich war dieses abschreckende Beispiel von Sarkares doch sehr hilfreich dabei. Ja, wir haben natürlich unseren verbündeten Maulwurffreunden, den Niffen, geholfen. Wir haben in der Zaralekh-Höhle auch große Djaradin-Bewegungen beseitigt. Ja, da wurden diese Ältesten aufgeweckt von denen. Das waren quasi die mächtigsten, legendärsten Kämpfer von denen. Ja, die sind da wieder auferstanden und die haben wir natürlich auch direkt wieder beerdigt. Ja, das war ein Türklappen mit diesem Labor und dann konnten wir die Zaralekh-Höhle quasi auch schon verlassen und steuerten zu auf einen weiteren Plot mit unserem guten Fyrag. Der ist natürlich nicht untätig geblieben und der hatte ein Auge auf den neuen Weltenbaum. Wo kommt der denn her? Dafür müssen wir kurz ein bisschen weiter ausholen, denn wir erinnern uns an den Brand vom Weltenbaum Teldrassil, dem ehemaligen Startgebiet der Nachtelfen und bei diesem Brand kamen natürlich unzählige Elfen gerade in der damaligen Hauptstadt Danassos ums Leben und Elun, die Mondgöttin, dachte dann, sie machten 10.000 IQ-Play und leitet diese Seelen so ein bisschen, wie sie es mit Isera getan hat, ja, rüber in die Schattenlande, rüber in den Ardenwald. Was sie aber nicht wusste war, dass die Schattenlande schon zu diesem Zeitpunkt die Probleme hatten, die uns dann auch im Adon Shadowlands um die Ohren fliegen sollten, denn alle Seelen landeten beim Kerkermeister im Schlund, der die für seine Zwecke missbrauchte, sich selbst daran ermächtigen wollte und, und, und. Ja, und das hat Elun nicht gesehen, weil Elun, soweit wir wissen, ein Mitglied vom Pantheon des Lebens ist und darum hat sie nur sehr begrenzten Einblick in das Reich des Todes, wollte die zu ihrer Schwester, der Winterkönigin, schicken in den Ardenwald. Naja, und die Rute kannte sie, konnte die Seelen da schön mit so einem Aufschlag wie beim Tennis, wupp, einmal rüberzimmern. Ja, dass der Ball dann aber voll ins Netz geht, das hat sie nicht mehr gesehen. Da war eine dicke Nebelwand und so landeten alle Nachtelfenseelen, die qualvoll bei diesem Brand verendeten, durch die Hand ihrer geliebten Göttin am schlimmsten Ort des Nachlebens, den man sich vorstellen kann. GG. Und dann war es unsere Aufgabe natürlich, als wir davon erfahren haben, die Seelen zu retten. Das haben wir auch getan. Und diese Seelen blieben dann aber nicht im Ardenwald, sondern kamen in einer Träne von Elun, einem manifestierten Artefakt zusammen und speisten dieses mit ihrer Energie. Und diese Träne, wirklich so eine kristallisierte Träne, wenn man so möchte, hatten wir auch in Legion, die Säulen der Schöpfung, Träne von Elun, wenn ihr euch erinnert. Ja, und so eine hatten wir dann eben auch im Ardenwald. Da gingen die Geister rein und dann wirkte das ganze Teil schon wie ein Samenkorn. Die alten Nachtelfengeister haben also ihre Essenz gegeben für ein neues Zuhause, für die nächste Generation. Und Tyrande, die diesen Samen dann an sich nahm, hat praktisch nur auf den richtigen Moment gewartet und den hat sie gesehen im Sanktum der grünen Drachen, die ja auch mit dem Leben stark verbunden sind. Und so pflanzen sie dieses Samenkorn und dann konnte dieses Bäumchen, dieses Pflänzchen im smaraggrünen Traum gedeihen. Und sollte dieser Baum stark genug werden, dann kann er von dieser Domäne des Traums tatsächlich in unsere Realität nach Azeroth rüber wechseln. Wir haben einen neuen Weltenbaum und die Nachtelfen mit ihm hoffentlich eine neue Heimat. Ja, bevor wir vor Schönheit weinen und an unseren eigenen Tränen ersaufen, würde ich sagen, wir erinnern uns wieder, wer da noch ein Wörtchen mitzusprechen hat, nämlich Fürak, die Urinkarnation des Feuers. Und der hat jetzt einen großen Baum gesehen. Tja, was ist also Schritt 2? Klar, den wollte er angreifen und schon hatten wir unseren Finalpatch für Dragonflight, nämlich den smaraggrünen Traum. Dort sind wir in den Raid Amir Drassil, in den Weltenbaum rein, wenn man so will, haben uns den Dienern von Fürak gestellt und konnten auch ihn am Ende glücklicherweise besiegen, trotz seiner Schattenflammen-Aberus-Ermächtigung und somit den Baum genügend Zeit geben, um ausreichend zu wachsen und tatsächlich nach Azeroth überzusetzen, wo die Nachtelfen dann ihre neue Heimat ausrufen konnten und wir eben ein neues Symbol des Lebens auf Azeroth hatten. Aber nicht nur das, denn am Ende, als wir den Baum gerettet haben, hat auch Azeroth eine Welle ihrer eigenen Energie manifestiert und die Aspekte damit getroffen. Ja, und somit waren die Schwursteine immer noch nicht nötig, denn die Aspekte waren fortan nicht von Amantul und den uns bekannten Titanen ermächtigt, sondern von Azeroth selber. Was Azeroth jetzt selber auch immer genau ist, aber da hatten sie ihre Macht wieder, inklusive leuchtender Augen. Let's go. Und Muddi Azeroth hat sie selbst ermächtigt. Fantastisch. Ja, nach dieser Weltenbaum-Geschichte gab es noch ein bisschen Epilog und natürlich auch die Pre-Szenarien dann für das TWW-Adon, wo wir Xalatas ein bisschen besser kennengelernt haben, gelernt haben, dass Iridikron sich verabschiedet hat und erst wieder auftreten will, wenn die Titanen zurückkommen, seine Erzfeinde, ja, diese Aliens, die hier die Drachenheit unterworfen haben. Und wir haben auch gelernt, dass er dieses Relikt, das dunkle Herz, das jetzt Xalatas in Händen hält, ja, dass er ihr das gebracht hat, dass er das von der verbotenen Insel geholt hat und ihr dann eben überreichte, nachdem er im Mega-Dungeon diese Essenz von Galakrond absorbierte. Viel mehr wissen wir auch noch nicht. Ja, Leria sagte dann, das ist irgendein altes Relikt, das kann Energie absorbieren und in leeren Essenz umwandeln und ja, dann haben wir mit Khadgar versucht, ein bisschen zu recherchieren, waren mit Aleria unterwegs, um leeren Diener zu jagen. Währenddessen hörten immer mehr Champions diesen strahlenden Gesang, wird es genannt, ja, Azeroth, die nicht nur mit Sprecher Magni kommuniziert, sondern irgendwie alle zu erreichen scheint. Frage ist wirklich alle, alle, wie weit geht das jetzt, auch in den Kosmos hinaus, müssen wir uns Sorgen machen. Viele Fragezeichen, die dann erst mit TWW und darüber hinaus in der kommenden World Souls-Saga beantwortet werden, aber das war dann dieser Übergang, ja, Dracheninseln gerettet, Inkarnation besiegt oder umgepolt gedanklich, ja, oder verschwunden, ja, Iridikon, der hängt irgendwo bei der Lehre rum, schlürft ein paar Drinks und wartet auf seinen Einsatz. Ja, und gleichermaßen dann eben das Hochkochen der Lehre rund um Xalatas. Aber einer fehlt ja noch in dieser Zusammenfassung, weil was ist denn jetzt eigentlich mit dem Wächter-Tür? Um den ging es tatsächlich seit den allerersten Kampagnen in Dragonflight und Junge hat sich diese Storyline gezogen wie ein Kaugummi, weil Wächter-Tür sollte wiederhergestellt werden. Wir haben erfahren von einer silberen Schuppe, einem Relikt, das den Aspekten anvertraut wurde und mit dem wir Tür holt, eine riesige titanische Festung quasi befeuern konnten oder besser gesagt die Schmiede im Inneren dieser Festung. Und gleichermaßen konnten wir auf Erinnerungen zugreifen, die uns durch die Blume sagten, dass Türs Bewusstsein noch irgendwie vorhanden ist und er eigentlich nur einen neuen Körper braucht. Also haben wir mit den Aspekten und mit den dort ansässigen Dienern gesprochen und haben einfach einen neuen Titanenkörper geschmiedet, weil wir glücklicherweise an genügend Materialien für so ein Vorhaben auch rankommen konnten. Und dann ging es natürlich daran, seine Erinnerungen wiederherzustellen und diesen Körper auch wirklich wieder aufzuladen. Und was wir dafür nicht angestellt haben. Wir sind gereist ins Grabmal und der Tieresfall und hatten dann auch schöne Sequenzen, wo wir gewisse Elemente aus Türs Geschichte nachgespielt haben, seine Lebzeiten, sein großes Opfer. Wir sind dann durch verschiedene Zeitportale gereist und haben versucht, auch dort gewisse Erinnerungsfragmente, wenn man so will, freizulegen, um dieses Bewusstsein von Tür wiederherzustellen. Und das ist leider in der Zeit wahrlich verloren gegangen. Denn als wir diesen vorhin angeschnittenen neuen Teil in Uldaman besuchten, der da auch heißt, die Geheimnisse von Tür, ja, da wollten wir an diese Geheimnisse rankommen, bevor wir die allerdings erreichten, naja, kam ein ewiger Drache, schleuderte die sonst so hin durch die Zeitwege und selbst als wir ihn besiegten, kamen wir dann nicht mehr ran. Also sind wir auch durch die Zeitwege und haben mit gewissen Ankerpunkten versucht, ja, irgendwie dieses Bewusstsein, diese Erinnerungen wiederherzustellen und zack, am Ende hat es tatsächlich funktioniert und wir haben Wächter Tür wieder ins Leben gerufen. Natürlich war das ein Leuchtfeuer für viele auch Türverehrer, gerade Paladiner auf ganz Azeroth, ja, Türs Wache wurde neu geschmiedet, neue Azubis stürmten in diese Festung, ja, und wir durften dann auch gleich den Ausbilder spielen. Naja, Tür selber hatte aber gar nicht so viel zu melden. Der stand erstmal da und dachte, hä, was ist denn passiert? Der kannte auch viele von den Völkern noch gar nicht, mit denen wir da dann rumstanden, ja, die ganzen Azubis hier, was seid ihr denn für Viecher? Und was eigentlich mit der Ordnung und was machen wir jetzt so stürzte Tür direkt in eine Sinneskrise und musste sich erstmal alles erzählen lassen, alles erfassen und, ja, Schwursteine immer noch kein Thema und er sitzt jetzt in Türhold, umgeben von seinen Fans und seiner Wache und grübelt und sinniert über seine nächsten Schritte. Also, wird er jetzt der mächtigste Verbündete? Haben wir uns den nächsten Boss erschaffen? Man weiß es nicht genau. Der gute Odin auf jeden Fall, der ist auch nicht besonders gut weggekommen, denn den haben wir mit Vyranos besucht und die fand es nicht besonders toll, wie Odin diese Thorignir, diese Donnerdrachen aus Sturmheim der Legionzone unter seinen Fittichen hat und Vyranos hat Odin mal schnell in den Eisblock verwandelt und ist dann mit den befreiten Drachen einfach abgehauen. Also, ich bin mir nicht sicher, vor wem wir mehr Angst haben sollten. Vor Odin, wenn er aufgetaut ist oder vor Tür, wenn er fertig gegrübelt hat, wenn das mal nicht noch ein unheiliges Tagteam wird, aber hey, wir haben wirklich gefühlt ganz Dragonflight gebraucht, um Tür neu zu schmielen und in vielen, vielen kleinen Questschritten sein Bewusstsein zusammenzupuzzeln mit Zeitreisen und Weltreisen und wenn der jetzt aufmuckt, Bruder, dann hoffe ich, wir haben Selbstzerstörungsknopf mit installiert, also bitte, Blizzard, macht mich nicht fertig. Neben all diesen sehr großen Punkten gab es auch einige verhältnismäßig kleinere, wie beispielsweise die Rückeroberung von Geneas. An der Seite der Worgen sind wir also rein und haben den Laden auf den Kopf gestellt. Genauso gab es ein Wiederaufleben der Scharlach Roten, die tatsächlich diesen Orden auch wieder richtig rausputzen wollten, revolutioniert haben, aber irgendwie auch gleichermaßen nicht, also sie haben sich bemüht, die neuen Anführer dieses altbekannten Ordens genau dieselben Sprüche klopfen zu lassen, wie die alten Bosse damals aus dem Kloster, also was auch immer sie mit denen vorhaben, ja da war auch eine Menge Bewegung drin, wenn ein TWW die Lehre eskaliert, vielleicht übernehmen die dann den Teil mit dem Licht, man weiß es nicht genau. Außerdem wurde einiges im Bereich der Völkerverständigung getan, nicht nur bei den Bronzenen und Ewigen, sondern es gab auch immer wieder Zusammentreffen von Nachtelfen und Verlassenen beispielsweise, die gute Lilian Voss und Chandris beispielsweise haben sich ein bisschen besser kennengelernt, wir haben Schritte auf unsere Feinde zugemacht, die ähnlich wie die Draktür und das Sarkares gemerkt haben, hey, irgendwie sind die Mitte hier doch ein bisschen extrem, von denen, denen wir nacheifern wollten und vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance, ja und so wurden nicht alle Primalisten zum Beispiel geschlachtet, sondern dazu verdonnert, ihre Taten zu überdenken und die Pflanzen im Smaraggrüntraum mit ihrer Magie zu gießen oder Druiden der Flamme, die unter Fyrag ein neues Aufflackern erlebten, die haben dann gemerkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so cool ist, jetzt einen weiteren Weltenbaum abzufackeln und haben eben um Vergebung gebeten und sollten dann wieder irgendwie integriert werden, sollten eine Chance bekommen, also auch da neue Chancen, Generationswechsel wieder, diese Subplots, die relativ präsent waren, wir hatten zum Beispiel eine Questreihe auch, bei der wir rote Haut für die Drehnei freischalten konnten, so richtig Ereda-Lifestyle, Prophet Velen, der eine Vision hatte, vom Licht, in der er, meine ich, die Hand reichte, also anderen Völkern, ja, zum Beispiel unseren Krokul-Vertretern auf Argus, wenn ihr euch erinnert und die waren dann aber gar nicht zwangsweise gemeint, die haben sich das angehört und hatten erstmal nur bedingt Bock und dann traf er aber einen dieser rothäutigen Legion-Zauberer, ja, so einen richtigen Ereda, wie er im Buche steht und der meinte, hey, irgendwie ist das nicht mehr der Weg, dem ich folgen will, Sageras ist ja irgendwie gerade auch nicht mehr da, ja, es gibt noch ein paar Fanatiker, die sich dann einbildeten, diese Rolle irgendwie als Prophet der Ereda einnehmen zu können, ja, für Sageras zu sprechen und diesen Weg weiterzuführen, aber so gesehen war der brennende Kreuzzug der Legion ja erstmal abgesägt und auf einmal hat Velen eben dem die Hand gereicht und tatsächlich können wir jetzt diese Ereda als rekrutiert betrachten. Vorher war das eigentlich kein Thema, vielleicht hat das Licht tatsächlich auch ein bisschen Angst bekommen, weil die Leere so aufmuckt und wo sie sich vorher als Naru uns so leisten konnten zu sagen, die da hinten wollen wir nicht als die, naja, überlegen wir jetzt nochmal, vielleicht nehmen wir die doch und sei es nur als Kanonenfutter gegen die Tentakel-Kollegen auf der anderen Seite. Also interessante Entwicklungen, einige Turns, einige wilde Twister auch in diesen Bereichen und eben viel mit alten, bekannten, neuen Bündnissen. Es gab auch eine tolle Quest, wo die alte Gang vom Founding of Durotar von Warcraft 3, ja, zusammen kam mit Shen und Rexha und Bane und dann ging es da um den alten Hass auf die Zentauren und da kennen wir ja auch aus dem Brachland die ein oder andere Geschichte, ja, oder aus Desolas oder wo sie nicht überall rumrennen und das wurde dann mit den Zentauren von Onara aufgearbeitet und sich dann auch am Ende der Huf gereicht, ja. viele sehr, sehr spannende Entwicklungen eben auch in solchen Bereichen im kleineren Format, die sich dann nahtlos mit in die Themenpalette der auch größeren Quest rein eingliedern und ich merke doch bei dieser kurzen Zusammenfassung, dass sich doch eine ganze Menge bewegt hat, ja, am Ende also Dracheninseln gerettet, Drachenaspekte sind wieder richtig schön gestärkt, vielleicht sogar stärker denn je durch den Segen von Azeroth selbst in einer starken Position angekommen und unsere Gegner, die Urinkarnationen Razerges haben wir getötet, Fyrak haben wir getötet, auch wenn es da hieß, er ist zurückgekehrt zu den Elementen, die ihn ermächtigten, also wenn der nicht nochmal als Feuerlord oder so wiederkommt, ja, dann haben wir Vyranos, die übergelaufen ist und ebenfalls ermächtigt wurde an der Seite der Aspekte und Iridikron, der eben voll auf Seiten der Leere steht, ja, und den auch am Ende nicht mehr so wirklich interessiert hat, was sie anderen tun, er hatte seine Pläne, seine Verbündeten, hat sein Soll erfüllt und wartet jetzt auf seinen Einsatz, wir dürfen also sehr gespannt sein, wie es da demnächst weitergeht. Und das war sie, meine kleine, aber feine Zusammenfassung von den, meiner Meinung nach, wichtigsten Ereignissen in Dragonflight, ich möchte gerade diese Lügen der Titanen gern nochmal hervorheben, weil wir beispielsweise auch in der einen Questreihe sowas gefunden haben, wie eine geheime Experimentierkammer von Thür, wo er offenbar Drachen gefangen und selbst ermächtigt hat, ja, mit Elementen und vielleicht wollte er das dann mit der Ordnung probieren und man weiß es nicht genau, ja, wie es da weitergegangen wäre, hätte er mehr Zeit gehabt vielleicht und wo er nicht möglicherweise doch erfolgreich war, was diese Experimente angeht und dann diese ganzen Bücher in Uldaman auch meistens diktiert von Odin, ja, wo es dann eben gezielt darum ging, die Geschichte zugunsten der Titanen umzuschreiben, egal ob es um Schöpfungen oder Siege ging oder oder, also das ist wirklich so ein Süppchen, das jetzt seit einer ganzen Weile auf dem Herd brodelt und das man definitiv immer in Zukunft im Hinterkopf behalten sollte, allerdings auch super wichtig und das war die letzte Ansage von Blizzard dazu, diese Themen sollen nicht dazu dienen, die Titanen jetzt als die allerschlimmsten im Kosmos darzustellen, vielmehr ist es ja so, dass die auch als unsere Schöpfer in vielen Teilen ja, immer als zu gut da standen und wo wir jetzt über die Jahre gelernt haben, im Kosmos ist eigentlich nichts so richtig gut oder böse, ja, wie man zu TBC dachte, ey, Licht ist gut, Leere ist böse, so einfach ist es ja dann doch nicht im Detail und die Titanen standen eben immer zu gut da und darum haben sie jetzt probiert, auch deren Fundament so ein bisschen kaputt zu rütteln, ja, dass das ein paar Risse bekommt, darum, ja, immer schwierig da alles korrekt einzuordnen, aber es hat sich eben wirklich eine ganze, ganze Menge angesammelt. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit am Start wart, vielen Dank, dass ihr mich seit 70 Folgen aushaltet, absolut krass, ich freue mich, wenn wir uns demnächst gesund und munter wiederhören, ich weiß noch nicht genau wann, weil TWW steht vor der Tür und wir werden viel zu bereden haben, aber dafür müssen wir auch erst mal alle spielen, darum wünsche ich uns allen einen wunderbaren Release und freue mich auch hier schon auf die nächsten Folgen und natürlich wird es dann auch eine TWW Kampagnen Playlist geben und sicherlich auch viele wichtige Talkformate auf YouTube, darum klickt euch auch da gerne rein, ich wünsche euch noch einen fabelhaften Tag, bedanke mich nochmal für 70 Folgen, heilige Scheiße und den wunderbaren Support und hoffe, dass dann die Zusammenfassung für TWW mindestens genauso gigantisch ausfällt wie hier für Dragonflight, ich hatte nämlich wirklich Spaß mit diesem Add-on, macht es gut, haut rein und schau's